hey ho meine lieben heute machen wir ganz einfach hot dogs ja ganz genau und zwar nicht nur los hot dogs sondern einen aussie dog das ist jetzt nicht negativ gemeint mit aussie dog mittlerweile darf man ja glaube ich sagen und dazu haben wir original thüringer rostbratwurst uns organisiert beim rewe gefunden original aus schmölln steht hier hinten drauf und ja gucken wir mal ob die was taugen ob die schmecken und ja ob unser aussie dog was wird attacke auf in die kleine aber feine küche genau da haben wir schon unsere ganzen zutaten was man für unseren aussie dog brauchen ganz klar gurken wo die jetzt herkommen weiß ich nicht aber in dem falle gurke sag jetzt mal auf alle fälle original thüringer dann sauerkraut wilhelm brandenburg drei zwiebeln hot dog brötchen und nehmen heute auch den guten bautzener dazu ganz genau wir oder ist gemeinschaftsarbeit heute manu würde jetzt die zwiebelchen schälen und anschmoren anbrutzeln sauerkraut wird im töpfle warm gemacht und die thüringer dann in der pfanne rausgebrutzelt gurken ein bisschen klein geschnitten und die hot dog brötchen tun wir dann im backofen mit dem oberhitzegrill ein bisschen an tosten und ja wir schauen uns das ganze schritt für schritt an das ist ja wirklich als sauerkraut hilfe hilfe richtig sauer richtig sauer noch ja also fertig aus ja also sauerkraut wird auch noch nachgewürzt und so manu schneide zwiebeln stellen wir mal die cams und langsam anhärten über so sauerkraut habe ich ein bisschen gepämpft mit warreuterbeeren und norbeerblatt zwei stück weil es sehr sauer ist jetzt habe ich das öl in die pfanne gemacht gleich wenn das öl heiß genug ist machen wir dann die zwiebeln rein die ich schon mal schön geschnitten habe so wie redest du mit mir ja ja so zwischenstand rühren wir jetzt ein bisschen aus triebelchen brauchen wir mal noch ein bisschen verteilt überall sauerkraut ist auch fast fertig machen noch ein bisschen zucker rein ein bisschen brühe habe ich jetzt da rein getan ein bisschen bekömmlicher jetzt mal ein bisschen aufpassen dass ich zu denen halt nicht so schwarz wenn man schmecken die halt so bitter wenn das fertig ist und so jetzt werden jetzt fertig tue ich jetzt schön in einer kleines gefäß rein auch fast fertig so leute die thüringer sind soweit fertig durch geschmort die das sauerkraut ist fertig schmeckt hervorragend derzeit gab es gerade probiert schon und dann würde ich mal sagen sobald die brötchen im ofen ja entsprechend angewärmt sind können wir den ersten aussie dog wie ich ihn gern hätte oder mir mache zusammenbauen so freunde dann kann der lustige zusammenbau beginnen tja mit was fangen wir an röstzwiebeln unten rein also wie gesagt ich baue ihn jetzt so zusammen wie ich mir das vorstelle noch ein paar zucker noch ein paar zucker von den gürkchen sollten in kein hot dog wählen so dann kommt auch schon ein klein bisschen käse mit rein das geriebenere gouda da brauche ich nicht zu viel dann schnappe ich mir was von dem sauerkraut ein bisschen ohne wacholder ja ohne wacholder ganz klar ich bin hier ganz vorsichtig ich bin hier jetzt wirklich gespannt ob die thüringer original aus thüringen schmecken wie sie schmecken sollen und jetzt vielleicht ein bisschen frevel weil es eine thüringer ist haue ich mir nämlich noch ein bisschen ketchup auch noch mit drauf aber so gehört bei mir ein hot dog jetzt klappe ich mir den zusammen und dann beißt man gibt es eine probierele tja das mit den zusammen klappen funktioniert nicht so ganz aber es gibt auf alle fälle eine herrliche sauerei mhm mhm die thüringer schmeckt schon eher nach thüringer mhm es gibt eine herrliche sauerei mhm 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 aber richtig lecker mhm 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 Hast du dir deinen auch fertig gebaut? Ja. Ach, schmeckt es gut aus, oder? Ja. Das ist richtig Thüringer. Ja. Halleluja! Endlich mal Thüringer Rostbratdurst gefunden, die auch so schmecken. Spatzel beim Probieren. Hockst du dich jetzt bis her, oder müsstest du das am Stehen essen? Na, dann machen wir das Fazit heute noch wirklich mal direkt oder fast direkt nach dem Essen. Engelchen, wie hat es dir geschmeckt? Sau gut. Sau gut? Ja, lecker war das. Also endlich Thüringer gefunden hier bei uns, die wirklich aus Thüringen kommen und auch danach schmecken. Ja. Das kann man so sagen. mit dem Sauerkraut. Danke, dass du das so lecker nachgewürzt hast. War auch sehr gut. Und einfach die ganze Zusammenstellung ein richtig geiler Hotdog. Ja. Also ein Ossidog. Und Ossi ist wirklich kein Schimpfwort. Wenn die Leute selber herkommen und so, und ja, deswegen nehme ich das jetzt einfach so als Titel auf und fertig. Jo. Gut. Genau. Lecker war's. Nächste Video ist fast schon in Produktion. Fast. Ja. Richtig. Morgen. Ja. Jo. In dem Sinne sage ich Tschauikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Und Däumchen hoch. Ciao. sven. Das hat ich aus. nova